Annexia schützt sehr sensible Daten von Kunden. Mein Name ist Alexander Windpichler, ich bin gründer und Geschäftsführer von Annexia. Annexia ist 2006 gegründet worden, ist aus einer HTL-Diplom-Arbeit entstanden. Wir dürfen für ganz Europa Kinofilme ausliefern. Wir sind dafür zuständig, dass Flugpläne zugestellt werden. Unsere Server sind an über 90 Standorten rund um den Globus verteilt. Wenn ich im Rechensentrum stehe, dann weiß ich, dass alles funktioniert, wenn es rauscht, wenn es blinkt, wenn nichts piepst. Dann ist es wahnsinnig beruhigend. Während einer gesamten Corona-Krise, ganz vorbei ist sie ja noch nicht, haben wir gemerkt, dass der Bedarf an IT-Leistung sehr, sehr stark ansteigt. Wir haben nicht darüber gesprochen, was das jetzt kostet, sondern wir haben es einfach zur Verfügung gestellt. Wir haben glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt einem Kunden seinen Bedarf nicht liefern können.